Guck mal, ich habe jetzt gerade einfach ein Herz gedrückt und es steht da, it's a match. Wie viele Tinder-Matches hattest du die letzten Wochen? 300, 400. Oh, 300, 400 Matches. Anlehnen und all deine Sorgen vergessen. Oh, a match. Muss ich in den Automaten nochmal Geld reinstecken, damit hier was Besseres kommt? Ich teste jetzt erstmal so verschiedene Dating-Möglichkeiten. Ich brauche einen schönen Mann, einen Mann. Links kamen irgendwelche Kaulquappengeräusche, rechts kamen Entbindungsgeräusche. Die Chemie muss einfach stimmen. Manchmal stimmt sie, manchmal halt auch nicht. Ey, Junge, Junge, Junge. Ich dachte eigentlich, der will mich umbringen. Das ist voll nicht mein Typ. Ich so, okay. Ja, aber ganz ehrlich, finde ich gut. Ich dachte schon, der beendet vorzeitig. Wäre auch nicht schlimm. Ich muss dir ehrlich sagen, optisch würde ich dich nicht auswählen. Ich würde dich auf einen Kaffee einladen, wenn du magst. Ich trinke auch den Kaffee. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Was passiert hier jetzt? Warum zieht ihr euch alle aus? Er ist sexuell, vielfältig oder... Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall macht er anscheinend viel in der Kiste. Ich bin gespannt, was der mir jetzt gleich erzählt. Ich habe den Namen von der Frau vergessen. Ich hatte mal Prinz Albert Ring. Was ist ein Prinz Albert Ring? So ein Intim-Schmuck war das so. Aber den habe ich jetzt auch nicht mehr. Warte! So, okay. Okay, jetzt kann es ein wenig romantisch werden. Er hat ein sehr schönes Lächeln und gefällt mir. Oh mein Gott! Cheers! Das hat es auf jeden Fall gematcht, muss ich nur sagen. Na endlich mal einen Mann, der anfasst. Meine Güte. Da bist du bei mir eine Richtung. Ich brauche diese südländischen Feelings.